Ja, Mann, auf dem Schulgelände eine Schule zu rauchen, die man nicht mag, ist doch echt super. Na, dann gib mir auch mal eine. Hehehe, du bist viel zu jung dafür. Aber du, ne? Was riecht denn hier so komisch? Machen die in der Kantine wieder Chicken-Eck-Überraschung? Nee, das Blatt da brennt. Willst du das nicht löschen? Hehehe, wieso sollte ich? Sieht doch cool aus. Ach, verdammt nochmal, der Feueralarm geht los. Ähm, Max? Ja? Ich glaube, es ist schon Pause. Es ist gar nicht Pause. Dann hätte ich meinen Hinterdonner richtig abputzen können. Das ist kein Übungsalarm. Ich glaube, das ist der Feuermelder. Und die Feuerwehr ist nicht mal in Sicht. Also ich würde mal sagen, dann müssen wir das wohl übernehmen. Aha, da ist der Feind. Hier ist der Löschschlauch. Komm, Max, wir nehmen ihn und löschen das Feuer selber. Alle hinter Meier her. Okay, auf fünf. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aaaaaah! Auftrag erfüllt. Ähm, Herr Meier? Ja, ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020